Hallihallo, hier wieder euer Darth Stefan Zockt zu einem neuen kleinen Infovideo. Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich noch hören, ich bin immer noch etwas erkältet, deshalb kamen das keine Videos online, da ich ziemlich erkältet war. Jetzt geht es zwar wieder, aber auch nur durch Tabletten, dass der Husten etwas unterdrückt wird und ja, ich wollte jetzt nur ein kurzes Video machen, was jetzt bald Neues gehen wird auf meinem Kanal, noch dieses Jahr und Anfang nächsten Jahres, und zwar, was jetzt bald wiederkommen wird, ist eine Pokémon Zeitschriftenvorstellung, das wird auch dieses Jahr kommen, denke ich mir mal, noch ein YouTube-Vorstellungsvideo von einem YouTube-Kanal, das wird auch noch dieses Jahr online kommt, das Video, das werde ich jetzt auch noch bald aufnehmen, dieses Video nehme ich jetzt am 21.12. auf, für alle, die jetzt als Spieler sehen, dass sie wissen, wann ich das aufgenommen habe, dann wird es Anfang des nächsten Jahres eine, wie wir die Dragon Zeitschrift geben, die ganz neue, und ja, dann auch noch meinen, äh, Star Trek Podcast, meinen zweiten Star Trek Podcast zur neuen Staffel 2 von Star Trek Discovery, und, ja, das werden so die nächsten Videos, seit ihr online kommen, wir hatten, es werden auch die kleinen Let's Play Videos online kommen, äh, mit dem Handy Let's Plays, und vielleicht auch mal, wenn ich mir ein, was heißt, Play Video, weil Let's Play ist jetzt auch nicht, weil, ich kann doch nicht so lange reden, da kommt der Eizfus wieder Deutsch, wenn ich so lange rede, da muss ich mal schauen, was ich da spielen werde, zur Überbrückung, das werden auch keine langen Parts werden, maximal 10 Minuten pro Folge, wie gesagt, ich kann immer noch nicht zu viel und so lange reden, da muss ich mal husten, und wenn ich zu viel rede, und rede, kommt der Husten gleich wieder hoch, durchwann halt mal sagen, äh, was demnächst wiederkommen wird, wie gesagt, die Pokémon, äh, Zinschriftenvorstellung, Dragon Zeitschriftenvorstellung, YouTube-Kanal, Video-Kanalvorstellung, von einer YouTuberin, die ich eigentlich gut finde, geht auch in Richtung, äh, also trotzdem leicht gemacht, und, ja, mal schauen, vielleicht teile ich euch auch noch ein bisschen, meine Spielsammlung, von meinen Playstation 2 Spielen, da kann ich auch mal so machen, weil, die habe ich ja noch alle, gerade ich jetzt auch für euch hoch, und, ja, das war's dann auch schon mal, so, das war's dann auch schon mal, gehabt, was dieses Jahr noch kommt, und Anfang des nächsten Jahres, an neuen Videos, und, ja, bis dahin wünsche ich euch, eine schöne Zeit, ich verabschiede mich wieder von euch, an dieser Stelle, schreibt mir, in die Kommentare, was ihr euch vielleicht noch wünschen werdet, und an Vorstellungsvideos, ansonsten sage ich jetzt, und, ciao, mit V, euer Darth Devin Zockt, der sich jetzt, aber ein bisschen weiter erholen wird, von der Erkältung, weil, ganz weg ist sie leider auch nicht, und bis dahin kann ich auch noch nicht wirklich, was aufnehmen, solange ich diesen Reizfußen habe, also dann, bis bald, euer Darth Devin Zockt, ich sage jetzt, ciao, 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 witt.